Aber ich bin allergisch gegen Pärchen, ich will keine Pärchen sehen. Denn seitdem du von mir weg bist, ihr Pärchen auf die Märchen gehen. Mir wird dann schlecht, wenn sie sich küssen und in Buckelecken stehen. Sich an den Händchen halten müssen, dann muss ich leider sofort gehen. Ich bin allergisch gegen Pärchen, ich will keine Pärchen sehen. Sie nennen sich Hase oder Bärchen, ich drehe mich weg und klopfe auf Holz. Ach Pärchen, habt ihr kein Zuhause? Könnt ihr euch endlich mal verziehen? Ich brauche dringend feine Pausen von eurem Bogen von Famine. Manche vertragen keine Nüsse, Oliven oder Sellerie. Bei mir ist einfach, wenn ihr wisst, akute Pärchenallergie. Ich bin allergisch gegen Pärchen, ich will keine Pärchen sehen. Sie nennen sich Hase oder Bärchen, ich drehe mich weg und klopfe auf Holz. Bin ich allergisch gegen Pärchen, wenn ich keine Pärchen sehen? Ich will den Hasen und ein Bärchen, ich schaue jetzt hin und klopfe auf Holz.